wir wollen jetzt noch mal versuchen da die andere seite rüber zu kommen da wird ja wissen wo wir lang müssen ungefähr schneller machen so hier vorne kam gleich irgendwo ach da mein gott da kommt das fisch aber es sagt doch ich muss hier und ane ich habe keine zeit mit dir zu spielen ja und jetzt ok da rein wahrscheinlich schwere losigkeit deaktiviert hier ist noch eins drin so munition habe ich wieder das in der ersten hälfte von dem frachtraum links und rechts kann man überall kisten finden und auch eine batterie wo einsetzen weißt du nicht wofür das ist aber gleich ja ok da werden wir gleich schwierigkeiten bekommen heißt das ja mach doch von alleine du bist ein intelligentes schiff was sogar sprechen kann das gibt es hier das ist gerade nicht geladen oder er sah das einfach nur so komisch aus egal bitte gern alles was an muni da ist hier ablegen ja 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 ich muss wieder rangehen wenn ich was sehe ich sehe dich im kontrollraum wie sehen die triebwerke aus ja das ergibt ja 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 Ah ja. Oh, das ist das Sägeblatt, Dings. Ich hoffe, ihr wisst, was ich mit Sägeblatt meine. Ja, wir könnten jetzt von Prinzip her auf eine Art Sägeblatt werfen. Beziehungsweise man kann das Sägeblatt auch so ein bisschen vor sich halten und einfach reinsägen. War eigentlich gut stark. Ich gehe erstmal ins Badezimmer. Ja, da will ich doch nicht weiterhelfen. Das ist das Sägeblatt. Das ist das Sägeblatt. Das ist das Sägeblatt. Was passiert hier? Keine Ahnung. Wir brauchen den Sicherheitsdienst nicht mehr. Er lassen muss auf die Krankenstation und da braucht ein Psychiater. Natürlich droppt gleich Munition für die neue Waffe. Master? Oh Gott. Das heißt, wir brauchen verschiedene Sicherheitsdinger, damit wir überhaupt was machen können, wenn man backtracken will. Ripper, 40 Schaden wie das Impulsgewehr. Ja. Kapazität ist nur 8. Ladezeit ist genau wie das Impulsgewehr. Dauer. Mhm. Ja, okay. Okay. Was ist denn das Viech jetzt so weit weggelaufen? Was ist denn das Viech jetzt so weit weggelaufen? Was habe ich gefunden? Ja, das ist der Weg dann. Was ist denn das Viech jetzt so weit weggelaufen? Was ist denn das Viech jetzt so weit weggelaufen? Was ist denn das Viech jetzt so weit weggelaufen? Was ist denn das Viech jetzt so weit weggelaufen? Hm. Keine Ahnung. Mag nicht. Was ist denn das Viech? Was ist denn das Viech jetzt so weit weggelaufen? Was ist denn das Viech jetzt so weit weggelaufen? Was ist denn das Viech jetzt so weit weggelaufen? Was ist denn das Viech jetzt so weit weggelaufen? Das war's mit meiner angesparten Munition. Kein Bock mehr. Ja, ich hätte die Dinger hier nehmen können. Flammable. Ich weiß, aber ich habe so einen Hangmix selber in die Luft zu jagen in Spielen. Was ist denn das Viech jetzt so weit weggelaufen? Ich weiß nicht. Wir haben gerade eine Stunde damit verschwendet sie zu reparieren. Wir müssen die südliche Betankungsstation in Betrieb nehmen, aber irgendein Trottel hat den Strom abgestellt und den Schutzschalter blockiert. Keine Triebwerke, wir stürzen weit auf dem Planeten. Was jetzt? Hier muss doch jemand sein, der eine Ersatzkarte hat. Sie nacherbohren. Scheiße, willst du das? Denn was los? Ersatzkarte gefunden. Was war das? Extra Sauerstoff, lol. Okay. Dann nutzen wir das einmal. Isaac, Hammond. Daniels? Du hast es geschafft. Gott sei Dank. Nach der Nummer mit der Brücke dachten wir... Nein, zum Glück nicht. Ich habe mich im Computer-Rechern vervalidiert. Ich kann sie hören, aber noch haben sie mich nicht bemerkt. Isaac, ich habe deinen Rick getrackt. Du bist der Maschinenraum, ja? Ich werde mir Admin-Rechte besorgen. Vielleicht kann ich helfen. Ich werde mir Admin-Rechern vervalidiert. Ich werde mir Admin-Rechern vervalidieren. Ich werde mir Armin-Rechern vervalidieren. Ich werde mir Admin-Rechern vervalidieren. Ich werde mir Eber mit dem Er suivt. Ich werde mir jetzt erheben. Ich werde nicht mehr gucken. Ich werde mir erheben. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Können die Viecher Vakuum überleben? Mann, scheiß. So war das nicht gedacht. Ende des Vakuum. So war's für heute. So war's für heute. Er hat seinen eigenen Stachel getötet. Er muss hier nochmal überall draufklicken. Nur so zur Sicherheit. Okay. Jetzt geht's mir besser. So. Monster jetzt? Nee. Jetzt? Okay. Okay. Ihr hattet eure Chance. Ich geh... 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 Schmierfinken. Kann ich jetzt hier... Kann ich jetzt hier... ähm... Ich geh... Ich geh... Ich geh... Ich geh... Ich grad... зал... Verbrauch.... Ich geh Stelle nicht... що ... mh... Also, ripper upgrade upgrade, april... und wärme speicher bringt in dieses zeit zu berg und upgrade fahrt zu ergänzen okay für den plasma cutter für das input kinetische ladeautomatik die aufzug weiß wieder alleine wo er hin will okay okay ist das ja bestätigt ich werde mich nicht zwei ventilation schächte nähern jetzt einfach nur hier wieder durch ne auf jeden fall kampfbereich mit diesen behältern freigabe bestätigt ja sollte reichen immer mit damit 3,2,1 ich mein slow fps sequenz aktiviert ja 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 Dekontaminationssequenz abgeschlossen. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ich kann jetzt noch ein größeres Midi-Pack. Ich habe das vorhin übersehen. Hier ist er nur so komisch aus. Hier ist er nur so komisch aus. Ich habe das vorhin übersehen. Ja, geholt. Schlüssel-Element 2 Bronze. Wertvoll. Es gibt Gegenstände, die du einfach so verkaufen kannst. Das andere ist ein Schema. Ja, genau. Okay, dann machen wir hier mit der Reaktivierung des Antriebs im nächsten Part weiter. Ciao, Leute. Gut. Gut. Gut.